Ich studiere an der HTW, weil man mit der HTW viel rumkommt. Wir machen tolle Studienreisen wie zum Beispiel nach New York, Shanghai, Moskau, Florenz. Dort schauen wir uns das Gebaute direkt vor Ort an und lernen noch tolle Kulturen kennen. In der HTW gefällt mir sehr gut die Zusammenarbeit zwischen Professoren, Studierenden und auch den Dozenten, weil die immer ein offenes Ohr für einen haben und das Verhältnis familiärer ist. Außerdem gefällt mir das Studienatelier sehr gut, in dem immer ein Dozent da ist, mit dem man zusammen Aufgaben rechnen kann, sodass man es in den schwereren Fächern wie Statik, Stahlbau oder Massivbau einfach leichter hat. Als kooperative Studentin hier in der Ingenieurswissenschaft an der HTW gefällt mir besonders der Bezug zur Praxis, als auch die Zusammenarbeit von Hochschule und Unternehmen. Ich studiere an der HTW, weil es hier sehr viele zusätzliche Angebote gibt, sei es beim Vertiefen der Lernhalte oder darüber hinaus bei Freizeitaktivitäten oder dem Studium. Ich habe mich für die HTW entschieden, weil hier so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, um eine Gemeinschaft zu bilden. Egal ob in Lerngruppen, beim gemeinsamen Lernen oder um sich in der Fachschaft gemeinsam stark zu machen und für studentliche Anliegen. Ich studiere an der HTW, weil hier Praxis und Theorie groß geschrieben wird. Ich habe mich für die HTW entschieden, weil ich mich neu orientieren wollte und die HTW mir das beste Angebot gemacht hat. Ich habe die HTW ausgewählt, weil ich aus Kanada komme und für mich ein internationales Programm sehr wichtig ist.